So tot? Perfekt. Ich seh nicht. Wo ist die Tante? Hier? Gut, dass ihr gerade vorbei kamt. Noch eine Minute und seht mich auf mich. Was ist hier geschehen? Ich würde nur so etwas Furchtbares tun. Was hier wohl passend ist? Wer hat das getan? Wer würde nur so etwas Furchtbares tun? Naja, wer nur? Immer diese bösen Menschen, die andere Menschen umbringen. Wo müssen wir hin? Wir laufen gerade in die falsche Richtung. Oh Gott. Geht. Und dann muss ich euch vertreiben. Wer war ihr denn? Was? Ach Mist. Hier ist noch eine A. Noch zwei. Scheiße. Mein Tod, mein Tod. Tod, den da. Ja. Ja. Achtung. Hinter dir. Hinter dir. Äh. Guckst du hier hoch? Guckst du hier hoch? Nein. Äh. Kannst du bitte das Schwert wegstecken? Was? Und hier ist auch ein... Unnerfall. Ähm. Hier ist auch ein... Ups. Ahaha. Er das für die Tatte nicht retten wollte. Voll im Gallen, die da ihr wettet! War keine Absicht! Nein, tut, 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 tut! Ja, schön! Ah, Schüsse! Seh nicht! Ist doch jemand da? Ja! Oh, ich seh nichts! Scheiß Kamerade! Gut, dass ihr gerade vorbei kamt. Noch eine Minute und sie hätten mich erfüllt. Ich schulde euch meine Früste. Oh nein! Was ist hier geschehen? Ein Bürger im Bürgerviertel. Oh nein! Was ist doch passiert? Meine Güte, was ist denn hier passiert? Oh, warte! Tocht den Ungläubigen! Was ist geschehen? Oh! Was ist das? Was ist hier geschehen? Oh, Junge! So, hoch bitte! Zurück! Wer ist dafür verantwortlich? H-O! Und E! Okay! So, wo muss ich hin? Ich gucke wieder in die falsche Richtung. Entschuldigung, ich muss mich quasi um 180 Grad drehen und da lang! Na gut! Na gut! Und Angriff! Da ist plötzlich ein Mann vom Dach gefallen! Keiner weiß wieso! Also ist ein Mörder in der Nähe! Nein! Unsinn! Wir fallen öfters mal Leute vom Dach! Das darf man nicht so eng sehen! Ach, das ist glaube ich wieder so eine Stelle, wo ich nicht gut rankomme. Ja! Ja! Du sollst mir auch gar nicht helfen, mein Schatz! Wie der Adler einfach in mir landet! Geil! Sonst achten sie immer drauf, dass es nicht so passiert, aber... Gerade... Er seht mich nicht! Das ist alles so langsam... Eine milde Gabe! Bitte nur ein paar Räume Stücke! Nein! Ihr versteht es nicht! Ich habe nichts! Ich flehe euch an! Schön, euch zu sehen, Bruder! Ihr seid wegen des Begräbnisses hier! Oder wegen Robert! Ich habe meine Augen und Ohren offen gehalten, aber ich habe nichts zu berichten! Hier ist es ruhig! Vielleicht hat Tariq etwas gesehen oder gehört! Er ist nicht weit von hier postiert! Geht zu ihm! Seht, ob er etwas weiß! Meine Familie ist groß und zu sterben! Er ist... Oh! Scheiß! Scheiß Kamera! Alter! Er ist nicht weit von hier postiert! Und zwar hier lang! Ich würde nicht durch jeden Abend gehen. Kannst du jetzt die Daher rungen! Nein! Nein! Ja, genau! Und ich soll innerhalb von 18 Sekunden mit wie vielen fertig werden? Boah, das ist ja fies, dass hier direkt so eine Gruppe ist. Ich bin da. Ich bin nur von einem Dach runter und musste jetzt gegen 15.000 Leute kämpfen. So ein Scheiß. Ja, tauchen sie unter. Ein toller Plan, Leute, Alter. Achtung! Das sind wahrlich dunkle Tage. Ich weiß. Alter, ich hatte es schon. Und nur weil der Spacko der Meinung war, da unten rumstehen zu müssen, Alter. Geh du Bauer, bevor ich mich vergesse. Ja, ja, ich gehe, ich gehe, ich gehe, und... Jetzt endet dein Leben. Ihr werdet... Das hat ja super geklopft. Ich drücke nach oben, und er geht nach unten. Das muss ich nicht halten. Ach nein, so ein Irrer wieder. Guck mal. Ich trete zurück, ich weiß zwar nicht von wo, aber... Ach, der da oben, Mann, der da oben, den hab ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich auch nicht. Nicht jetzt. Ich brauche Nahrung. Ich habe so einen Spenden. Ich bin arm und kranke und hungrig. Ich auch. Ich bin ein Nahr. Ich bin ein Nahrung. Oh, es nervt. Du sollst einfach nur rüberhüpfen. Was tut dieser Nahrung? Seltsam. Seltsam. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Nein, gibt es nicht. Beeil dich. Ihr kommt zur rechten Zeit, Alter, ihr. Ich habe etwas sehr Nützliches gefunden. Die Befehle für Roberts Wachen. Ich habe eine Karte angefertigt, die ihre Positionen zeigt. Macht sie euch zunutze. Danke. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Aussichtspunkt. Hier sind wir direkt an einem Aussichtspunkt. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich blähe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Hier soll ich hoch, ja? Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Kannst du dich nicht zu einem Knudel festhalten? Au. Das macht er sein. Bitte erleben, was er. Komm. So, aaaaaaah. Ich sehe nichts. Genau, meine Niederlage ist nicht so und deswegen sind es zwei von euren Leuten tot. Drei. Drei. Oh, vier. Drei. Sieben. Acht. Aber meine Niederlage ist besiegelt. Ja, klar, Leute. Bist du? Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held vernimmt. Das wünschen sich irgendwie alle Geistlichen, dass ihre Söhne so tapfer sind wie ich. Wer könnte das getan haben? Oh, ich sehe wie immer gar nichts. Was ist denn hier dazu? Was ist vorgefallen? Wer hat gesehen, was hier geschah? Niemand. Das ist ein böses Omen. Das ist furchtbar. Was ist der armen Seele widerfahren? Wer? Wer hat das getan? Wie kommt man da? Will mir der Allmächtige den Schuldigen verfluchen? Wo bist du? Naja, sucht du ein bisschen. Was solltest du denn da sein? Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Und, 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 Angriff, Angriff! Sehr gut. Da wahrscheinlich lang. Wird wahr. Fügt. Hm, Pänchen. Für nichts. Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Halt dich fest. Örhal, entehal ab. Okay, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Nein. Aussichtspunkt, Gelehrte. không. Für nichts.